Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Baldur's Gate. Ähm, okay, ich seh grad, ich hab den Tisch noch gar nicht durchsucht. Der ist verschlossen. Na gut, vielleicht ist der eine Schokolade. Dann darfst du mal grad gucken. Äh, oh. Gold auf jeden Fall. Noch mehr Rollen. Noch ein Stab. Äh, ja, dann. Ah, und ich glaub, warte mal hier die, wo war das? War das die? Schicksalsmiss. Ich glaub, Geschichte vom Einhornlauf brauchen wir auch noch für irgendwas. Jetzt bist du aber voll. Ach, die sind auch noch nicht identifiziert. Alles muss man hier identifizieren. Was habt ihr dieses Mal für mich? Dann haben wir, glaub ich, hier alles Wichtige eingesackt. Ich bin euch weit voraus, Chef. Steht ganz oben auf meiner Liste. Was immer ihr braucht. Ja, was wollt ihr? Ihr Zeug. Ja, ja, ich kümmere mich gleich drum. So, alle weg, alle runter. Bin euch weit voraus, Chef. Sehr schön. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Steht ganz oben auf meiner Liste. Okay. Dann wollte ich hier oben nochmal reinschauen. Ach so, ist hier irgendein Tempel? Vielleicht kann der ja wahrscheinlich identifizieren. Da ist zu. Dann ändern wir das doch mal schnell. Du kannst da auch grad mit aufmachen. Was habt ihr dieses Mal für mich? So, dann schauen wir da mal ganz unauffällig rein. Hallo. Bin euch weit voraus, Chef. Okay. Steht ganz oben auf meiner Liste. Mich kümmert's nicht. Ich glaube, ich muss aber doch mal langsam hier durch und, ähm, Sachen verkaufen. Sind wir Tag? Ich will schon wieder so über. Äh, Tiefwasser. Und drei. Okay. Sonst noch irgendwas? Ja, ich kümmere mich gleich drum. Ich glaube, ich gehe dann echt mal in den Tempel rein. Ich hoffe, dass wir dann da was reißen können. Du bist ja ein komischer Girl. Denn ich verschwinde jetzt. Naja. Passt. Ja, ich kümmere mich gleich drum. So, da ist nichts von Interesse. Dann können wir da gehen. Macht's gut. Danke für eure Gastfreundschaft. Steht ganz oben auf meiner Liste. So, da kommen wir wahrscheinlich auch noch irgendwie rein. Aber erst mal der Tempel. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Wer wachsame kennt alle eure Sünde. Okay, willkommen im wachsamen Schild. Unsere Hingabe an den Niemalsrunden ist unerschüttert. Bitte erlaubt uns, euch unter dem ewigen Blick von Helm zu beschirmen und zu beschützen. Ich wüsste gerne, welche Dienst die anbietet. Sehr schön. Ähm. Ähm. Achso, du hast keinen Platz mehr. Dann erst mal identifizieren, bitte. Die Schutzformel. Gut. Dann. Ihr habt erst mal nichts. Ähm. Abwehr. Mal gucken, ob das noch irgendjemand was bringt. Äh. Noch ein Stab der Lähmung. Den Leitfaden, bitte. Des klaren Denkens. Oh, und hier ganz bloß eins. Sehr gut. Noch eine Schurkenrobe. Und der Steigerer. Hm. Das Wirken von Zaubern verbessert. Ah, ja. Okay, einen mehr für Grad. Ich glaube, ich habe aber schon zwei für Grad 1 oder so. Gut, dann. Ich glaube, Intelligenz macht ja eh bei dir am meisten Sinn. Obwohl, dir könnte es auch nicht schaden, einem Intelligenz mehr zu haben. Ähm. Ähm. Ja. Dann gönn dir doch mal. Achso, warte mal. Genau, das muss man hier reinziehen. Zum Benutzen. Äh. Äh. Gut, das würde es verschlechtern. Das auch. Ihr habt, glaube ich, schon alle Armschitz, äh, Schienen, ne? Ja. Hm. 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 Okay, dann wird es auch verkauft. Alles klar. Hm. Gut, da haben wir jetzt alles identifiziert. Was würdest du uns denn abnehmen? Nichts. Okay. Ähm. Was hast du eigentlich für... ...ein Statuseffekt noch auf dir drauf? Ah, nicht. Okay, das ist... ...dass... 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 ...passt. Gut. Dann... Achso, ich wollte noch ein paar Heil... ...äh... ...Gegengifte kaufen. ...nade... ...so... ...wenn... ...die... ...dass... ...dass... ...wann... ...miss... ...und... ...der ist... War das wie so offen? Gut. Ja, was wollt ihr? Bin euch weit voraus, Chef. Fort mit euch, Bettler. Hm. Hm. Drehlich, wer bist du denn? Hm. Ähm. Ihr hättet nicht in das Haus des Meisters einbrechen sollen. Meister Yadak wird nicht sehr erfreut sein, wenn er hört, dass die mir die Ordnung in seinem Haus gestellt haben. Hm. Hm. Sagt euer Meister Yadak, dass wir sofort mit ihm sprechen wollen. Yadak empfängt niemanden. Hatten wir da irgendeine Aufgabe? Hm. Es reicht keinen Haufen Raufbeude. Also damit ich nicht unhöflich wirke, sollte ich mich vorstellen. Ich heiße Drehlich. Und jetzt, wenn ihr meinen Namen kennt, äh, kann ich mich ohne Schuldgefühle an die Aufgaben machen, den Dreck zu beseiten, den ihr hier gelassen habt. Dazu gehört zufälligerweise auch ihr. Oh. Ich bin ganz froh. Okay. Ah, du hast den Dings noch nicht benutzt. Mach das jetzt mal. Das glaube ich noch nicht in den normalen Pfeilen, ne? Versuchen wir das mal. Aber das läuft, glaube ich, gerade. Warte. Au. Das hat noch ordentlich gesessen. Gut, verzaubertes Kurzschwert. Und, oh ja. Das kannst du ja sogar lernen. Und den können wir dann verkaufen. Ah, den Ring haben wir noch gar nicht identifiziert. Ich glaube, ich muss wieder ein bisschen mehr Feuer durch die Gegend hauen. So, du hast doch bestimmt noch was über. Gut, das war's. Damit will ich so angeschlagen hochgehen. Ich schätze, der Meister wird uns dann wahrscheinlich... Ne, komm, wir pennen noch eine Runde, bevor wir uns dem Meister stellen, dass wir wieder fit sind. Und ihr eure Zauber wieder habt. Und vielleicht können wir da noch was loswerden an Gegenständen. Das wäre ja auch ganz schön. Schön für euch, wenn ihr schafft, uns zu retten. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Ähm... Ähm... Da... Was denn hier ist? Pip-plop-plop. Mhm. So, dann sind die jetzt alle wieder fit. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Hm, sogar Nacht. Hm, dann schauen wir noch mal weiter. So, hier haben wir ja aufgeräumt. Ähm... Wenn ihr oben allein ist... Hältet euch besser vor meinem Zorn. Was habt ihr getan? Mein Diener hat euch nicht hier raufgelassen. Es sei denn, ihr habt ihn umgebracht. Ihr armseligen Jammerlappen, wisst ihr, was ihr getan habt? Nach dieser Anmaßung werden eure Schreie bis in Erlebigkeit durch die Hölle schallen. Hier, einen Moment, mein Herr. Es war euer Diener, der uns angriff. Wir haben uns so verteidigt. Wenn ihr eine Helfer einstellt, sucht euch beim nächsten Mal einen Klüren aus. Ihr versteht nicht, wie ernst eure Lage ist, ihr steckigen Räuber. Zieht euer Schwert, damit wir bis auf den Tod kämpfen können. Das haben wir vor. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. So, ach komm, ich glaube, das mit den Personenbezaubern können wir hier auch tatsächlich lassen, einmal. Ja. Einfach schön drauf prügeln, das passt dann. Okay. Ah gut, Minz trifft, aber er kriegt nicht so unglaublich viel ab. Okay. Oder du hast halt relativ viele Lebenspunkte. Nimm mal so einen Abwehrdrang. Dann kommen die auch mal weg. Weißt du was? Nimm du gerade mal die besseren Pfeile gerade. Was habt ihr dieses Mal für mich? Nimm dir zauberst du, meine Zauberstelle. Nimm dir zauberst du, meine Zauberstelle. Okay, der zaubert halt nicht. Der hält halt nur ordentlich was aus. Ist in Ordnung. Ich glaube, wir müssen hier auch mal irgendwie alle wegpacken. Ja, was wollt ihr? Nehm mir auf die Augen, Bob. Nehm mir auf die Augen. Ach so. Uh, schön. Naja, das ist aber wahrscheinlich nur ein normaler Platonpanzer. Frost, Riesenstärke und Schöpferkraft. Ah, alles klar. Wir, wir, noch mal, wir schafft noch nicht. Langschwertner Helm. Was habt ihr dieses Mal für mich? Ja, ich kümmere mich gleich drum. So, und dann können wir noch mal gucken, was sonst noch hier ist. Nichts. Ja, das war zu erwarten. Und was dazu ist. Naja. Ja, was wollt ihr? Bin euch weit voraus, Chef. Ja, ich bin... Habe ich da schon reingeschaut eigentlich? Nein. Hm, normaler Schild. Darum auch nicht. So. Das wäre halt das. Was gibt's hier? Okay. Ein normales Haus. Wie mir scheint. So, oh ja. Nicht schlecht. Dann kannst du mal hier aufmachen. Sehr schön. Hm. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Hm. Da ist der Trank der Steinform. Ja. Bisschen Geld vom Nachttisch. Mitgenommen. Gut. Ja, was wollt ihr? Bin euch weit voraus, Chef. Steht ganz oben auf meiner Liste. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Dann. Hier auch ein Herzogspalast. War hier unten noch irgendwas? Ja. Ah, genau. Die mit der Katze noch. Du warst das, ne? Ja. Ja. Na ja, Behrend, also ja. Steht ganz oben auf meiner Liste. Ja. Hm. Verdammte Katze, ich gebe euch mein Umgebung, wenn ihr das Ding erlegen könnt. Äh. Na gut, ich werde, glaube ich, keine Katze umbringen. Eure Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen Rippeln begegnet. Kugelschein. Vielen Dank. Hm. Kugelschein? Haa. Lohnt sich ja richtig hier. So, dann weißt du was? Ähm. Nimm mal gerade einen der Diebeskunst. Und dann versuch den mal zu bestehlen. Mist. Du hast es so gewollt! Okay, das hat Böse. Was kann der Oma? Na gut, das sehen wir leider nicht. Ja. Dann halt nicht. Angel die Katze. Ist hier vielleicht das Spielzeug? Ah ja. Tatsächlich. Müssen wir die wirklich umbringen? Aber reicht es, wenn wir jetzt einfach die Katze da rausholen. Oder mit dem, mit dem Ring rauslocken. Hm, ein Elf. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Steht ganz heilig auf meiner Liste. Ihr habt den Ring gefunden. Jetzt wird Angel zurückkehren. Das... Und wir können immer zusammenbleiben. Ich würde euch gerne was dafür geben, aber ich hab leider nichts. Aber vielleicht gibt Angel euch etwas von ihrem Glück ab. Okay. Pass auf, dass es nicht in Schwierigkeiten gerät. Ich hab's kleines. Okay. So, ähm... Wir haben die Katze jetzt ja... Was ist noch da? Ja, ich kümmere mich gleich drum. Ihr habt gelaufen? Was habt ihr dieses Mal für mich? Vielleicht kommen wir einfach später nochmal zurück. Ähm... Wir sagen halt dann Bescheid, dass die Katze weg ist. Gut. Was haben wir hier? Rinne. Ich ziehe bewaldete Regionen vor. Doch heutzutage muss man flexibel sein. Hm. Ich habe in einer Ballade über den Einhornlauf... Ah ja, im Hochwald gearbeitet. Ich würde gerne auf eine verlässliche Quelle zurückgreifen, als auf das bloße Hörensagen und den Volksglauben. Wenn ihr auf euren Reisen hier auf einen umfassenden Bericht über den Fluss stoßt, dann würde ich ihnen gerne die Finger kriegen. Ich ziehe bewaldete Regionen vor. Doch heutzutage muss flexibel sein. Interessant. Ich gebe euch 80 Goldmünzen dafür. Danke. So, dafür war das ja tatsächlich. Gut. Schlaf der Mann, schlaf der Frau. Und heute eine Menge zurück zum Begutachten. Danke. Genau. Schicht des Schattentals. Und noch was. Schön, da haben wir das auch noch abschließen können. Steht ganz oben auf meiner Liste. Sehr gut. Was geht da drinnen ab? Denn ich verschwinde jetzt. Hä? Ja, ich kümmere mich gleich drum. Okay. Ein normales Haus, wie mir scheint. Steht ganz oben auf meiner Liste. Aber ich glaube auch nicht so unglaublich ergiebig. Na, hinmal hin. Denn ich verschwinde jetzt. Mich kümmert's nicht. Hier lang. Oh. Noch ein paar verbesserte Bolzen. Was hast du dieses Mal für mich? Die kannst du schon mal abgeben. So, und das wird dann identifiziert. Achso, wir können nochmal zum Tempel gerade. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Okay, aber ich glaube, dann haben wir das ja... Oh, warte mal. Hier könnte es noch weitergehen. Haben wir, glaube ich, alles hier mitgenommen erst mal, ne? Was ansatzweise interessant ist. Oder halt, wie gesagt, vielleicht da oben. Hm. So, dann darfst du nochmal kurz identifizieren. Und weißt du was? Heilen auch gerade. So. Ähm. Schwere Wunden, bitte. So. Ja, Magie Bann, das, äh... Eher nicht. Hilft uns hier gerade. So, das Kurzschwert, bitte. Plus eins. Okay. Dann hattest du noch die Bolzen, die du aber leider nicht identifizieren kannst. Du hast noch ein Langschwert und ein Helm. Oh, Helm des Edeln. Der klingt tatsächlich interessant. Helm des Ruhmes. Helm des Ruhmes. Klaus mal plus eins. Okay. Und Rüstungs minus eins. Sehr gut. Ähm. Warte mal. Du hast noch Pfeile. Du hast genau noch irgendein Ring. Hm. Ah, auch minus eins. Äh, minus zwei sogar auf den... Gut. Okay. Dann brauchen wir, glaube ich, dringend Händler. Ich glaube, das mache ich jetzt zwischen den Folgen einfach mal. Oh, die Bolz. Ja, geht ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020